herzlichst willkommen zu einer neuen folge lost ark und diesmal sind wir oder wir brauchen dringend das lied harmonie lied der harmonie oder himmlische harmonie sogar ja und das gibt es bei diesem event hier 250er gearscore erforderlich hier auf der harmonie insel ich zeige euch kurz einmal wo die hier sich befindet und zwar überhaupt von rohendel quasi hier in der einbuchtung die nur dann erscheint wenn das event wirklich da ist und ja wir hoffen wir haben das event glaube ich schon einmal gemacht und da hat nichts getroppt wir hoffen natürlich dass wir dieses mal das lied ergattern können ist ein zufalls drop anscheinend deswegen bin ich mal gespannt ob wir es diesmal in irgendeiner form auch bekommen also ist jetzt mein zweiter versuch die himmlische harmonie zu bekommen von daher wünscht mir bitte glück auch wenn es ein video ist vielleicht gibt es ja ein inception dass ihr mir quasi jetzt im video schon glück wünscht dass es in der vergangenheit rückwirkend dazu führt dass ich glück habe okay dieser delphin da ist ziemlich nice das für ein geiles schiff ich will auch so ein schiff die insel ist erschienen wir gehen rein in der hoffnung dieses geile dieses geile ding dazu machen harmonie ich weiß nicht wie oftmals laufen muss damit man das bekommt wir werden sehen was wir aber nachher noch machen können leute das werden wir auf jeden fall noch tun ist einmal eine folge machen harmonie insel mokoko samen okay so wir warten jetzt mal hier kurz können es leider nicht ein bisschen beschleunigen aber ich will sie auch nicht weg weil das ist immer so eine sache mit dem weggehen also ihr könnt jetzt mal gerade noch zwei minuten vor skippen dann beginnt das event erst und ich denke schon hier alle schön parat wir müssen nämlich da diese diese dinger hier darüber tragen das letzte mal konnte ich nicht tatsächlich ich weiß nicht warum hier gibt jeder sein bestes so 40 sekunden noch so ich bleibe hier stehen das heißt wenn die das ja die das bekommen sollten dann nämlich einfach das zweite 10 sekunden 10 9 8 7 6 5 2 1 und go sehr gut konnte ich halt das letzte mal nicht machen umso besser dass ich jetzt kann irgendwie wird sich das dass jeder hier die dinger hin und her trägt da sind aber jetzt schon bei 5 50 prozent und dass jeder noch einmal macht dann soll das auf jeden fall funktionieren komm ich spaß mir nochmal zurück zu laufen das sind auf jeden fall genug unterwegs dass es passen sollte ok das haben wir bekommen eine truhe da war die harmonie drin aber nicht bekommen schweinerei so wir hoffen dass wir von dem boss jetzt noch mal eine chance bekommen also wir bekommen auf jeden fall eine kiste da ist das lied jetzt gerade nicht getroppt vielleicht kriegen wir hier oben noch mal eine kiste von das ist natürlich ein bisschen schade damit ich hier auch nichts falsches mache eben nicht harmonie haben wir doch nicht okay kann aus einer belohungströmung für den abschluss koop quest erhalten werden ja und das ist genau das hier also mal sehen was muss jetzt hier gemacht werden ok muss irgendwas einsammeln jetzt mal hier stehen weil hier spawnt ja anscheinend was eingesammelt mit so vielen leuten ist halt der anteil der unter dem beitrag die man dazu macht relativ gering ok das war die zweite truhe wir machen sie nachher auf weil wir machen sie direkt auf dann wissen wir aber auch was reingekommen ist auch nicht keine harmonie kein harmonie lied schade letzte chance bei der dritten truhe der wusste ich zum beispiel auch nicht dass es drei events gibt quasi hier also ein event aber es gibt drei drohen vier sekunden das ist gerade der liebe zusammen musizieren das ist nicht schön leute auch hört euch das an wie ein konzert okay sehr cool abschluss steine das und das ich hoffe ich habe auch nur truhe bekommen ist schon cool gemacht ne leute guckt euch das an ist schon witzig so habe ich nicht abgeschneckt kommt 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 trop 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 ich habe keinen ich habe keine bekommen leider kein lied bekommen aber dafür ein legendäres kartenpaket das ist schon mal das schon mal ordentlich aber ja ich werde noch mal auf die insel müssen um himmlische um das lied zu bekommen himmlische melodie aber gut sei es drum schreibt mir mal gerne in die kommentare ob ihr es beim ersten mal bekommen habt oder ob ihr auch paar mal auf die auf die karte gehen musstet würde mich auf jeden fall interessieren ob es bei euch besser gelaufen ist das war es auf jeden fall für diese folge danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge haut rein ciao ciao